ja liebe freunde und damit herzlich willkommen zurück zu let's play sims 3 und wir haben wieder mal lustige zombie nacht bin hellauf begeistert davon und hat nichts dafür ein problem keine ahnung machten sie jetzt säubern nur mach mal schön dass wir schwarze oberfläche haben sie über den dreck nicht so war denn was denn was denn wo will er hin was macht der hundi beschnüffeln schnüffel mal ist der nicht schon langsam müde der muss doch bald der muss doch bei den jaja so morgens wieder arbeiten angesagt war so haben die nicht gerade was die essen so ich werde mal diesen komischen nahrungsreplikator mal kaufen weil ich dann doch irgendwie mal gucken will war das der ich muss noch nicht wo ich den hinstelle so farben ändern wir gleich ab wo kommen lassen kann man so lassen hat mit dem feature stelle ein sim verändern und anpassen was machen wir jetzt mit dem ding da tauchen wir einfach mal weg so und dann kann das die wir hier mal was probieren neues rezept programmieren generierte ausführung von frucht diamanten kann er ja mal probieren und die pieseln ne einfach nur herum rennen okay so was macht stevie da und irgendwas steigert sich hoch glückwunsch stevie hat für die fähigkeit spitzen so eben level 2 erreicht ein bisschen über spitzen technologie hat stevie smith folgendes eingebracht die interaktion roketenrucksack kuss geben und mit anderen umher fliegen am roketenrucksack lebens und quartiert am lebensmittelgerater auf level 1 programmieren weitere träume in der traumhülle qualität der mahlzeit verbessern hat auch immer fruchtdiamanten sind gehn plan wo ist ein hundi mal die mucke aus irgendwo ist hier wo läuft hier musik ach die spielt hier spielt hier lustige games kann man hier noch irgendwie anweisen dass er pieseln soll laune schwingen voll mond ist wahrscheinlich so ein replikator die man den verbessern kann vermutlich einfach mal qualität der mahlzeit verbessern wird wahrscheinlich so weit sein stevie muss noch mal auf klo oh gott die müssen alle schlafen so wir müssen unseren hundi ein bisschen im im auge haben nicht dass der hier irgendwelche wilden sachen macht so alles schläft alles ist schön alles ist fein wunderbar und ich hoffe irgendwann ist diese zombie nacht mal vorbei der will schon wieder zerstören der hund brigitta von und zu atkins es ist ja schön dass wir sowas geschickt gekriegt haben eine topf staude so ist das wach und so kleinen garten machen dann sieht sie mir so toll aus so und er kann hier mal er soll das immer wieder auspacken müssen das nervt ein bisschen finde ich eher suboptimal wo ist denn der wort hin nein blöder bot alter ja wir haben so viel gemeinsam natürlich kannst du gleich wieder so wie macht denn der mit dem haren drang warte 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 es hat soeben eine fähigkeiten errungenschaft in den garten sie wird glückwunsch es hat jede einzelne samenart gesät und somit fähigkeiten heraus von meisterpflanze abgeschlossen sie aha ok jede na jede glaube ich jetzt nicht oder mal ich muss hier erstmal kurz den hund beschäftigen und dann muss ich hier mal bei gartenautoarbeit reingucken ein meisterpflanzer muss jede pflanzensorte sehen die es im spiel gibt aha wenn du es einmal alle arten erkundet hast wird bei deinen zukünftigen pflanzern auch viel weniger unkraut wachsen ist ja interessant also muss ja hier ein geldbaum mit dabei sein das geht ja nicht anders du kannst ihn mal hochschrauben und dann kannst du ihn gleich mal loben hohe hier hast du fein gemacht brigitte hat das merkmal nicht zerstörerisch erhalten sie verschont jetzt von jetzt an deine möbel und richten und richtet kein chaos mehr an hier fein kriegst du noch ein leckerchen hinterher ja komm das leckerchen kannst du ihm noch geben ist er hat den garten nicht geschafften oder doch sieht doch so aus hat die echt schon alle pflanzen gemacht krass hätte ich jetzt nicht gedacht so und wir müssten rein theoretisch Botti irgendwas mit Tiere noch einpflanzen wenn es das überhaupt gibt nö effizient simulierte Emotionen begrenztes Lernen Solarbetrieb Fähigkeit zu lieben Launenanpassung Bürodrohne Kindermädchen gibt es Stahlkoch Angler mit künstlicher Intelligenz Handwerkbot ne aha das gibt es also nicht ist interessant die Frage ist natürlich wo er sich denn den Stolz ist er auch dein Tier knüpft nicht aus eigenem Antrieb mit den jüngeren Tieren Kontakt dein Tier überspielt dieses Scheitern mit seinem Stolz deine Katze versucht immer sich selbst zu putzen bevor sie müffelt ah ah schön oh hier steht noch eine Nachtischlampe rum sehe ich gerade die wollen wir mal wieder entfernen so das ist ja denn ja ist doof dass der Boot das immer wegräumt finde ich nicht so gut ich glaube ich habe keine Tiere mehr da drin scheiße naja ist jetzt auch nicht so dramatisch aber weit 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 was ist los stevis muss hat unermüdlich gar keine und dafür eine Geldsorge bekommen jawohl von 98 sind wir uns in einer Stunde sehr schön so jaten war jetzt in Ordnung oder sind halt immer noch Haufen unbekannte Pflanzen da naja das wird sich ja noch wie lange haben wir denn noch 21 Tage haben wir noch Sommer schön okay E-Star und Stevie der kann sich hier nochmal an den Lautsprechern versuchen und hier ist alle chic außer Zerstörung naja die Frage ist natürlich wo der jetzt hin geht ne ist da hat eine mitte fertiggestellt okay wir nehmen das mal in die Hand das wird irgendwann was man vorzeigen kann oder ähm ne ich würde naja naja komm machen wir hin ähm so können Sie gleich mal weitermalen und ich muss mal den Hund beobachten was der jetzt so treibt wo der jetzt an den Möbel geht oder auch nicht scheinbar nicht müde sei oder so der Bot ist natürlich schneller natürlich ist er nett so du kannst er kauen hier hast du denn Zerstörungswut komm mal weiter da was ach so nur Level 6 mach mal da richtig action so ist halt so ein richtiger äh äh Familienmitglied der Hund der hat halt echt viele Bedürfnisse muss man sagen was denn nu ach so ja so ist da was mal doch da sind doch Fische drin haben die sich da vermehrt so viel so viel Quallen hat er ja nicht rin gesetzt hm scheinbar schon Stevie will immer nur zocken ach schön so jetzt probieren wir das hier mal aus mit der Mahlzeit und Dings da verbessern Passiert da überhaupt irgendwas? der hat ja nicht immer einen Balken über den Kopf okay irgendetwas hat er da geschafft äh okay dann muss man irgendwie anders noch Spitzentechnologie äh ne lernen das kriegen wir aber denke ich noch hin so aber das werden wir auch erst alles im nächsten Part oder in den weiteren Parts äh sehen von daher mag ich hier einen kleinen Break und wir sehen uns im nächsten Part wieder also von daher bis denn